Hallo zusammen! Im heutigen Video möchte ich mit euch über unsere Community in der Schweiz primär sprechen. Es geht hier um die FPV-Community und nicht nur FPV Racer oder FPV Acro, denn ich denke auch FPV Race Wings und ähnliche Dinge gehören rein. Aus meiner Sicht haben wir eigentlich eine sehr tolle Community. Wir haben in der Schweiz auf der Facebook-Gruppe, in welcher wohl die meisten von euch sind, ca. 1200 Mitglieder. Wir haben mehrere Vereine in der Schweiz. Wir haben einen Verband, der sich mehr oder weniger für uns einsetzt oder halt auch nicht. Und wir haben eigentlich sehr viele interessierte Leute. Wir haben zum einen wie immer die Leute, die sich sehr stark engagieren für unser Hobby und andere, die sagen mir, ist das alles egal, solange ich fliegen kann, bin ich zufrieden. Aus meiner Sicht haben alle diese Einstellungen eine Berechtigung. Das Problem, was wir aber haben, und das haben wir aus meiner Sicht ziemlich intensiv, unser direktes Interesse wird nur begrenzt vertreten. Das Problem, was wir aus meiner Sicht jedoch haben, ist, dass unsere Interessen nur begrenzt vertreten werden. In den Medien wird sehr viel gesprochen über Videodrohnen und die typischen DJI-Piloten, welche über Badehäuser fliegen und ähnliche Dinge. Wir haben einen Verein, F4Racing.ch, der setzt sich ein. Er hat etwas gemacht mit dem Batzel, um Drohnenrennen schneller und einfacher durchführen zu können. Und ich begrüsse sehr, dass da Aufwand betrieben wurde, um unser Hobby besser zu machen, schlussendlich. Das Problem, was dann entstanden ist, wurde gepostet in der Facebook-Gruppe und es ging ein riesen Geschrei los, was alles nicht gut ist und darum die Leute nicht involviert wurden. Und ich kann das auch ein bisschen verstehen. Viele Leute wussten auch gar nicht, dass diese Verhandlungen geführt werden. Und es waren nicht sehr viele Leute darin involviert. Andererseits kann ich auch verstehen, wenn diverse Leute aus dem Verein das Gefühl haben, sie seien sehr alleine gelassen. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Wir haben über 1000 aktive Piloten, sage ich jetzt einmal. Und es gibt nicht so viele, die sich darum tun und in ihrer Freienzeit opfern und ähnliches, um das besser zu machen und für uns etwas rauszuholen. Der Verein hat sich darum getan und zum Beispiel in 10 vor 10 einen tollen Beitrag gemacht über Drohnenraces. Und auch das Bazzel hat da ganz klar uns Racer, Akropiloten werden immer ein bisschen ausgeklammert, da wir alle ja auch Akropiloten sind, mal mehr, mal weniger, hat die sehr positiv erwähnt und auch ganz klar gesagt, dass von allen Vorfällen, die passiert sind in der Schweiz, nicht einer mit Racern passiert ist. Das fand ich super. Ich hatte riesige Freude, dass ich so etwas sehen konnte und das im öffentlichen Fernsehen ausgestrahlt wird. Das grosse Problem aus meiner Sicht ist, dass unsere Community unglaublich verstreut ist. Wir haben unzählige WhatsApp-Gruppen. Ich bin alleine in drei oder vier und ich denke, gewisse Leute haben da noch viel mehr Gruppen. Ich sehe darin zum einen ein sehr grosses Problem, dass es nicht moderierbar ist. Die Diskussionen, die da stattfinden, verlieren sich unglaublich schnell in irrelevanten Sachen. Wichtige Informationen sind dann 300 Nachrichten weiter oben zum Beispiel. Zusätzlich ist es unglaublich schwierig für Leute, die neu ins Hobby einsteigen oder die nicht Kollegen haben, die sie da reinbringen können, überhaupt in diese Gruppen zu kommen. Man muss an ein Event gehen, man muss die Leute treffen, man muss kontaktfreudig sein. Ich denke, es gibt diverse Piloten oder kleine Gruppen, vielleicht zwei, drei Freunde, die zusammen etwas machen, die zusammenfliegen und gar nicht wissen, wie gross und wie viele Leute es rundherum gibt. Es sind auch nicht alle bei Facebook. Die Facebook-Gruppe ist per se auch nicht schlecht. Ich habe gar nichts gegen diese Facebook-Gruppe. Ich bin da auch dabei, ich poste auch gerne meine Videos. Aber das Problem ist, dass wenn du da etwas postest, verschwindet es nach 20 Minuten im Nichts. Man findet es kaum wieder. Es ist nicht wirklich geeignet, um eine Diskussion zu führen. Ich habe mir da viele Gedanken gemacht und einiges ausprobiert, auch mit diversen Leuten diskutiert, sind ganz klar nicht alle meiner Meinung. Ich bin aber trotzdem noch der Meinung aus Erfahrung, da ich lange Game-Communities geleitet habe und damit auch sehr viele verzettelte Leute zusammenbringen konnte, durfte und musste, sogar aus diversen Ländern, dass eine modernere Plattform unsere Probleme lösen könnte. Ich habe mich dafür entschieden, einen Schweizer FPV-Addicts-Discord-Server aufzustellen. Discord ist eigentlich ein Gamer-Tool für Voice-Chat, hat aber integriert Chat, Bildschirm-Sharing und ganz viele andere Möglichkeiten, wie man das Tool brauchen kann. Wunderbare Integration über APIs für die Programmierer und so weiter. Die Idee mit diesem Server ist, die Leute in ein gemeinsames Tool zu bringen. Ein Ort, wo man möglichst viele erreichen kann. Auch mit Channels, ich habe ein neues Video, hat einen eigenen Channel. Hilfe, ich habe Probleme, ein anderer Channel. Ich möchte etwas kaufen oder verkaufen, hat einen eigenen Channel und so weiter. Es ermöglicht die Dinge viel besser voneinander zu trennen. Discord ist sehr verbreitet, unter den Gamern zumindest, und hat glücklicherweise für jede Plattform einen Client. Mac, Windows und Linux haben Desktop-Clients. Es läuft komplett in eigentlich allen Browsern, inklusive Voice-Chat. Und auch für Android und iPhones gibt es Clients. Es kostet nichts, auch der Betrieb des Servers ist gratis. Man hat die Möglichkeiten, sehr viel mit Berechtigungen und Rollen tun zu können, sodass wir das moderiert machen können und ein bisschen kontrolliert. Und ich glaube, es ist das richtige Tool für diesen Job. Ich habe schon zwei, drei Mal auf diesen Server hingewiesen. Ich habe ihn auch verlinkt. Der Link ist hier, denke ich. Müsste oben link sein. Und ihr könnt da einfach joinen. Ich brauche nur einen Discord-Account. Wenn ihr den einmal habt, könnt ihr jedem Discord-Sörer auf dem Planeten einfach beitreten. Ihr könnt sogar eigene machen. Wenn jemand das will, könnt ihr euch melden. Ich helfe euch dann. Ich glaube, für unsere Community ist dies eine gute Möglichkeit, uns zentralisiert und ein bisschen kontrolliert austauschen zu können, um auch in der Zukunft bei Problemen oder bei, wenn einer von uns eine Brücke dift, die wir nicht sollten, uns da auch ein bisschen konstruktiv und kreativ austauschen zu können. Ich habe bei diesem Server auch daran gedacht, dass wir nicht nur deutsch sprechende Schweizer haben. Deswegen ist das Video in Hochdeutsch, dass vielleicht ein paar mehr Leute das verstehen können. Ich habe auf dem Server auch Channels gemacht für Tessin, für die Weltschweiz, eigentlich für jegliche Region in der Schweiz. Und ich bin sehr gerne bereit, Moderatorenrechte zu vergeben für Leute, die das gerne möchten. Und wir haben auch schon erste Leute aus dem nicht deutschsprachigen Raum, die sich da treffen. Wäre es nicht toll, wenn ihr einen Ausflug macht irgendwo hin in die Schweiz, ihr möchtet gerne fliegen und ihr könnt da drin fragen, hey, wer hat Lust mit mir in, keine Ahnung, im Tessin fliegen zu gehen. Das ist meine Traumvorstellung davon, dass wir, eine coole Community, wie wir es sonst schon sind, noch mehr zusammen lässt und uns gegenseitig unterstützen können. Hey, vielen Dank fürs Schauen dieses Videos und falls es dir zugesagt hat, findest du hier weitere. Es hilft meinen Kanal sehr, wenn du ihn abonnierst und meine Videos kommentierst, likest und teilst. Und falls du über meine neuen Videos informiert werden willst, kannst du die Benachrichtigungen mit Klicken der Glocke aktivieren. Merci vielmals, ciao zusammen.